Willkommen zurück bei F&M TV Zen Mitten, mein Name Dating bzw. Coach hier aus dem schönen Augsburg. Ja, zeig mal wieder für ein Video in unserer Playlist-Reihe der Flirt, Irrtümer, Mythen etc. Dinge, die noch nie so konform korrekt waren. Heute mal mit einem Thema aus diesem Bereich, mit diesem Social Proof. Kennt man, ich nehme jetzt mal die durchschnittlichen jungen Mann, hat hier schon ein paar Damen angesprochen, hat etliche Abfuhren bekommen, geht ins Internet natürlich dann hinein, holt sich diverse Tipps, Lektüre und so weiter und so fort. Er stoßt auf diverse Bücher von namenhaften, renommierten, sag ich einmal, Dating Coaches, Autoren, Satana, Mystery und wie sie alle heißen. Kommt in diesen Pickup-Bereich da irgendwo mit hinein und wird halt mit so Dingen wie Social Proof ganz einfach konfrontiert. Social Proof als Mann, Aufbau von Status, indem man ganz einfach Freunde hat, sich sozial gibt, zeigt, da irgendwo ein sozialer Mensch ist auch, ist man auch, ohne dass man es hier demonstrieren muss. So ist es tatsächlich dieser Mann, der gut mit Menschen reden kann, der einen großen Freundeskreis, Umgebungskreis, ganz einfach, und der auch irgendwie gut mit den Ladies auch ist. Und das ist auch gar nicht mal so falsch. Das ist noch nicht einmal so, Social Proof ist immer gut. Jedermann kennt das, wenn du mit deiner Schwester, beziehungsweise wenn du mit einem guten Freund, einem guten Kumpel oder alleine in der Bar stehst, dann kriegst du nicht so viel Beachtung von den Frauen, wie wenn du mit deiner Dame unterwegs bist, wenn du mit deiner Schwester da in die Bar reingest, du bist ja automatisch vor mehr Frauen angesehen, das ist doch völlig normal. Das ist ein Naturding, ein Hardwire-Bereich, aber das besprechen ich da meistens eher im Coaching. Der Grundkern ist allerdings der, wenn du anfängst, diese Geschichte zu übertreiben, ist wirklich so, ist mein Ernst, kommt es natürlich darauf an. Ich habe den Durchschnittstypen genommen, der hier jetzt nicht unbedingt den großen Frauenhelden spielen will, sondern für sich ganz einfach eine Partnerin aussucht. Eine Freundin, mit der über eine längere Zeit ganz einfach, vielleicht, je nach romantischem Gedankengang, je nach Veranlagung, Einstellung des jeweiligen Mannes, ganz einfach ein bisschen die evisuelle Ewigkeit dann halten soll, zumindest bis zum Lebensende. Ja, und da sind wir bei diesem Problem. Problem deswegen, ich habe selber schon mal vor einigen Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich da mal eine Dame kennengelernt habe und diese ähnliche Erfahrung hatte ich schon vorher schon mal, dass ich eine Dame kennengelernt hatte. Mit dieser Dame hatte ich auch einen Techtel-Mächte, sag ich einmal. Und auch für mich haben sich natürlich da Gefühle dann auch in ihre Richtung entwickelt. Und ich habe mir schon vorgestellt, dass es mit dieser Lady, die war super kompatibel und super gepasst auch. Und ich habe auch hier, sag ich einmal wirklich, mit Fingerspitzen, wirklich, man kann sagen, professionell, dass in Richtung Beziehung natürlich dann auch lenken wollen, ohne das jetzt großartig zu greifen und zu thematisieren. Nichts Shit-Test, nichts Konkurrenz, abgenimmt, vor allem kann. Es ist ein bisschen komplex, das ganze Verfahren jetzt nochmal auf den Tisch zu bringen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Botschaft ist immer dieselbe, ist mir schon ein paar Mal so gegangen. Und ich kenne auch Jungs, sag ich immer, von meinen Leuten jetzt auch, von denen ich auch weiß, dass sie mit etlichen Damen auch ziemlich gut können. Denn die haben ganz einfach das Problem, wortwörtlich, sagt diese eine Dame, von der ich jetzt gerade zum Beispiel spreche, du bist da so ein guter Kerl und ich mag dich wirklich ganz gern. Und ich würde mir wahnsinnig viel mit dir vorstellen. Nur, du bist wie so ein Straßenkater, du kommst und gehst in einer Nacht und machst, was du willst. Und hier sind wir, genau wie wir es in der Partnerrufung haben, wo ich das erklärt habe, mit dieser Attraction, bei diesem Afflection Level. Sicherheit. Wenn die Frau bei dir keine Sicherheit empfindet, dann kannst du Attraction aufbauen ohne Ende. Wenn sie dumme Frau ist, dann geht es ja. Mit einer dummen Frau bist du nicht glücklich. Was willst du mit einer Frau, die überwiegend noch so toll aussehen? Ich bin schon längst aus dem Alter heraus, wo ich mich da mit Damen unterhalte, mir irgendeine Scheiße anhöre, nur damit ich mit der irgendwie Zeit verbringe. Würde mir gar nicht im Traum einfallen, so etwas. Da ist mir meine Zeit zu schale. Aber für dich muss klar sein, dumme Frau ist nicht glücklich. Aber wirklich qualitativ hochwertige Frauen sind immer Frauen, die in ihrer Verhaltensweise, in ihrem Wesen überwiegend mit Alpha-Anteilen vertraut sind, die regeln da vorher ab. Die denken langfristiger, die sagen klipp und klar, die haben nicht. Und da bist du ganz einfach bloß der Fuckbody für eine Zeit lang. Und das wirst du dann schon merken, was ich meine. Wenn du dann einmal fragst, wo du Wochenende, Kino gehen, Essen gehen oder sonst sowas. Du wirst es schon merken, wenn da diese Aussage kommt. Ich habe keine Zeit, muss meine Tante ins Krankenhaus fahren und solche Scherze. Das heißt, Social Proof in allen Ehren. Nur wenn du damit übertreibst, sag ich einmal, in deiner Region, in deinem Umfeld, so diesen Anflug von Casanova-Flair hast irgendwo. Mit anderen Worten, wenn die Leute über dich sagen, das ist ein Frauenheld, dann hast du kein Safety Level. Und dann hast du natürlich keine Chance. Aber dann bist du halt der Ficker, fertig, aus. Aber nicht der Kerl, der eine Beziehung abkriegt. Und dann ist sie da, abends, wenn man so im Bett liegt, so diese Einsamkeit und die kann ganz schön kalt werden, wenn sie sich anschleicht. Darüber vielleicht einmal nachdenken. Nicht unbedingt alles da draußen mitnehmen, was auf der Straße liegt, nur weil irgendeiner das mal in seinem Buch geschrieben hat oder weil es in Form großartig so rauspräsentiert wird, sich Gedanken darüber machen und so für sich selbst als Mann auf seinen Wert auch erkennen, dass man auch wirklich nicht alles aufheben muss, was da irgendwo auf der Straße herum liegt. In diesem Sinne, du hast das Problem, dass dein Ex oder deine Ex zurückhaben möchte. Ich weiß nicht, worin du Liebeskummer und Trennungsschmerzen oder auch im Dating-Bereich, dass du meinetwegen als Mann oder als Frau deine Erfüllung da irgendwo für dich selber nicht hast, nicht weißt, wie du mit anderen Menschen ins Gespräch kommen sollst, eine Beziehung kannst du einfach einmal aufrecht sagen über eine längere Zeit lang, dann schau auf unsere Homepage, mach dich über die Abläufe schlau. Sobald du das getan hast, schick uns eine E-Mail oder ruf an, dann können wir mal einsam gucken, wie wir dir aus der Patsche helfen können. In diesem Sinne.